So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich habe wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet und Pupsi wird sich bestimmt auch richtig dolle freuen, ne? Denn ich habe hier den Account von Pupsi. Hey! Ich sollte mich nämlich darum kümmern, dass sie ihren Glückstausch weg macht mit dem Thomas. Jetzt habe ich den Glückstausch weg gemacht mit dem Thomas. Er hat einen Woldolos-Tiergeist-Form bekommen. Ich habe einen Kyoko genommen auf ihrem Account. Sie hat gesagt, ihr ist egal, was sie kriegt. Ihr ist egal, was sie gibt. Ich soll mich mal drum kümmern. Jetzt habe ich nach dem Glückstausch da gesessen und habe gedacht, mein Gott, die kriegt immer mehr Sternenstaub, aber ihre Pokémon, die sehen aus. Jetzt habe ich mir gedacht, ich werde mir den Account mal hernehmen und werde ein bisschen Sternenstaub bei ihr ausgeben. Um euch zu verwirren, ihr seht jetzt auch ihren Account, ihr seht auch ihre Pokémon, ihr seht ihre Sammlung, ihr seht alles, ne? Aber um euch zu verwirren, werde ich jetzt hier reingehen und werde bis runter scrollen und das von hinten nach vorne aufrollen. Ich habe eben schon bestimmt eine Stunde da gesessen. Ich habe Pokémon gepusht, ich habe Attacken geändert, ich habe Pokémon verschickt. Irgendwann habe ich gedacht, mein Gott, das wäre was, das wäre doch bestimmt interessant für ein Video und deswegen habe ich gedacht, bevor ich ganz fertig bin, setze ich mich jetzt hier rein, mache das Video und gebe Pupsi Sternenstaub aus. Ich meine, sie kriegt das bestimmt eh nicht mit oder sie ist dankbar, dass ihr Account jetzt starke, große Pokémon hat. Ihr seht auf jeden Fall, was sie hier alles drauf hat und ich kann euch gleich sagen, was ich noch geändert habe. Zum Beispiel habe ich ein, ja weiß ich nicht, ich glaube, ich habe das höchste Melmetal noch entwickelt, weil sie nur eins hatte. Hab das hier also zu, was hat denn der hier überhaupt? Donnershock, Steinhagel, na gut, das ist egal, das nimmt sie eh nicht. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen aufgeräumt. Evil-Tal habe ich gedacht, braucht sie nicht, braucht sie nicht zum Kämpfen, da habe ich nichts gepusht. Gesehen, Neas habe ich auch alles so gelassen, wie sie da sind. Seht ihr hier schon, seht ihr die EV-Werte auch immer dran. Alle Hunderter, die sie hat, habe ich mit einem Stern markiert. Sie hat auch viele andere mit Sternen markiert, einfach so aus Spaß. Was ich hier sehe, sie hat noch so viele. Datiri, die braucht kein Mensch, da habe ich eben schon 10 Stück weggeworfen, ich werfe jetzt nochmal ein paar weg. Sorry, Pupsi, ich räume nur ein bisschen auf, dass du wieder Platz hast. Skobbel ist am Start, 100 hier. Genesekt habe ich alle weggeschmissen, bis auf die zwei. Jetzt hat sie eins mit dem Flammmodul und eins mit dem anderen. Kiyurem braucht man an sich in der Form eigentlich auch nicht unbedingt, deswegen packe ich da auch mal welche weg. Ihr wisst, wir wollen aufräumen. Dann das Beste, was sie hat, würde ich trotzdem nicht pushen. Sie hat hier 1, 3, 4, 3, 0, da hat sie wohl selber ein bisschen rumgepusht. Auf irgendwas mit komplett komischen Werten, 13, 14, 14, hätte ich niemals gepusht. Hier ist ein 98er, da hätte man was dran pushen können oder... Ja, keine Ahnung, Demeteros sieht auf jeden Fall, das ist gut, da kann man ein bisschen pushen, das sieht gut aus. Ist aber hier ein 96er mit 14, 14, 15. Wollen wir da ein bisschen was machen, lohnt sich das bei dem? Wir können ja mal die Bonbons, die sie sowieso drauf hat, von dem nutzen. Und können das wenigstens mal ein bisschen so hochziehen, aber dann natürlich die Attacken ändern, weil das möchte man ja als Bodenangreifer, obwohl er fliegt. Wir packen das hier also weg, machen mal kurz Lehmschuss, Erdbeben drauf. Die Wolke an sich können wir eigentlich komplett ignorieren. Da haue ich einfach mal ein paar raus. Digga, verschick doch nicht einfach die ganzen Pokémon von deiner Freundin, oder? Ja, doch, guck, ungefähr so. Da ist Shiny dabei, Sekrom. Sekrom wollte ich eigentlich ein bisschen was pushen, aber ich habe gesehen, sie hat keine Bonbons außer 27. Und da kann man auch warten, bis Sekrom wieder zurückkommt. Und dann was pushen. Regiram, okay, ich habe sie zwar hier ein 96er, aber Regiram finde ich jetzt nicht so nützlich wie Sekrom. Und deswegen habe ich Regiram in Ruhe gelassen. Hier haben wir noch Voldolos, aber... Da was pushen. Ja komm, sie hat ja jetzt keinen Sekrom, also pack mal das hier wenigstens rein. Als Elektroangreifer pushen da noch ein bisschen drauf. Ihr müsst euch vorstellen, sie hat vorhin 6 Millionen Sternenstaub gehabt. Jetzt hat sie nur noch 3,2 Millionen, also ich bin da ordentlich am Ausgeben gewesen. Machen wir hier über Voltwechsel drauf, packen hier noch was anderes hin. Schlammwoge braucht man nicht. Ich habe auch so viele Lade-TMs ausgegeben, weil es immer 10 Jahre dauert, bis man hier mal richtige Attacken hat. Lass mal Voltwechsel Donnerblitz jetzt mal drin. Bei dem... Hier ist das Grüne, das Grüne... Boah, das braucht eigentlich auch kein Mensch. Packen wir hier mal weg in der Form, in der Form packen wir ein paar weg. So, ist egal, Rest braucht man nicht. Ja, Viridium braucht man eigentlich auch nicht. Packen wir ein paar weg. Terrakium ist auf jeden Fall cool. Hier ist ein 98er. Aber ich habe jetzt schon ein paar andere Gesteinsangreifer gebastelt, da braucht man das eigentlich nicht. Hier, da ist ein bisschen dran rumgepusht, aber das hat auch wieder komische Attacken. Katapult Nahkampf, da müsste man Nahkampf natürlich wegmachen. Vielleicht mal auf Steinhagel wenigstens ein Stück ändern. Wir können ja die 84 Bonbons, wenn sie da schon angefangen hat. Pushen wir halt hier noch ein bisschen drauf. Machen wir es wenigstens auf 3,3. Ich glaube, sie wird mich so umbringen. Dann hier, Cobalium. Cobalium braucht auch kein Mensch. Cobalium hier, kannst du einpacken, kannst du wegschicken. Zack. Ja gut, ein paar lassen wir ihr doch da. Ungefähr so. Hier war nix. Da habe ich auch weggeschickt. Dann hat sich hier so viele Skalük. Können eigentlich auch alle weg, aber gut. Ich muss ja immer mal was mit ihr tauschen. Skalabra habe ich eben noch ein bisschen hochgepusht. Da habe ich zwei Feuerattacken drauf, weil es ein 100er ist. Dann habe ich hier ihr 100er Sessokids entwickelt zu Groniowild. Da hat hier noch der Pokédex-Eintrag gefehlt. Kann man ja machen, war ja günstig. Dann haben wir, das habe ich entwickelt. Da hat sie auch den Pokédex-Eintrag noch nicht gehabt. Hier hat sie eine Unmenge an Shiny Flampions. Ich selber habe noch keinen Shiny Flampion, aber sie hat hier einen ganzen Sack voll. Hat auch eins durchentwickelt. Stalobor habe ich eben noch ein bisschen gepusht. Auch mit XL-Baumoms. Habe dem zwei Bodenattacken gegeben. Dann, was haben wir hier noch? Was ist da noch nützlich? Was brauchen wir? Ja, ja. Seaday-Pokémon. Da können eigentlich, das sind wieder so viele Shinies. Warte mal. Wir sind jetzt einmal drin. Wir kümmern uns jetzt richtig darum, ja. So richtig kümmern wir uns jetzt darum. Hauen jetzt hier da ein paar Shinies weg. Genauso wie von Serpifoi. Hauen wir ein paar Shinies weg. Okay, Serpifoi sind gar nicht so viel. Lassen wir noch ein paar da. Darkrai hätte ich vielleicht gepusht. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch nicht. Hier ist ein 91er drin. Aber sie hat ja Despo da bestimmt als Unlichtangreifer. Griselia brauchen wir auch nicht. Da würde ich auch noch welche rausnehmen. Obwohl Griselia habe ich nicht als 100. Die lasse ich mal drin als Tauschmaterial. Ich denke dann nur an mich, wie ihr seht. Hier bei Giratina. Der fliegenden Made. Da habe ich eben das 91er genommen und habe es ein bisschen gepusht. Ich hätte auch das 96er nehmen können. Aber das hat 14 Angriffe. Deswegen habe ich statt einem 96er ein 91er genommen, weil das 15 Angriffe hat. Ich habe das ein bisschen gepusht, bis sie keine Bombenmoms mehr hatte. Und habe jetzt Dunkelklaue Spukball drauf. Hier an den habe ich nichts gemacht. Hier bei dem habe ich auch nichts gemacht. Aber theoretisch könnten wir hier... Von Pupsi, ich räume auf. Packen da mal ein paar raus. Braucht eh keiner. Was hat denn das jetzt hier? 76er, oh, da ist ein 98er drin. Gut, das lassen wir lieber mal da. Hauen die noch weg. Hier, Heatran. Können wir auch ein paar weghauen. Brauchen wir auch nicht. Da war eins dabei mit... Mit... Wo ist denn das? Na, sicherlich ganz oben. Da war eins dabei hier mit 98%. 15, 15, 14. Das habe ich ein bisschen gepusht. Zwei Feuerattacken drauf, damit sie halt an sich immer mal ein paar Angreifer hat von bestimmten Typen. Hier hat sie ein 96er mit 13 Angriff. Das ist richtig kacke. Aber hier ist ein 98er. Da wurde ein bisschen dran rumgepusht. Feuer, Odem, Drago, Meteor. Bei Palkia. Palkia ist eigentlich eine coole Socke, aber sie hat keine Bonbons mehr. Kommt aber trotzdem wieder zurück. Also können wir das so lassen. Hier haben wir ja eins gepusht gehabt für die... Für die Go Battle League oder für Team Go Rocket. Dialga, Feuer, Odem, Drago, Meteor. Geht auch nichts mehr. Das hier können wir wieder auslassen. Beziehungsweise Vespri. Da können wir auch welche weghauen. Ist auch Schrott. Hier habt ihr Rotom. Rotom hat bestimmt auch nicht jeder. Hier habe ich auch ein bisschen gepusht. Beim Mammut-Tel. Pulverschnee, Lawine, Steinkante. Da ist ein 100er. Hier das 100er. Habe ich wenigstens auf 40 gezogen. Das 100er habe ich auf 40 gezogen. Das ist gar nicht auf 40, oder? Ich habe keine Ahnung. Doch, kann auf 40 sein. Auch zwei Eisattacken drauf natürlich. Mammut-Tel-Armee auf jeden Fall immer nützlich. Hier haben wir jetzt Elektro. Aber, keine guten, keine guten Werte. Kein gutes Nix. Rihonjo haben wir drei Stück jetzt gezogen. Ein bisschen mit Katapult, Steinkante alle versehen. Da ist sogar eine zweite Attacke drauf gewesen. Die war schon. Die habe ich nicht gemacht. Das habe ich auf jeden Fall ein bisschen hochgezogen. Dann, was haben wir noch gemacht? Oder was können wir noch machen? Ihr 100% Lucario. Da habe ich auch noch eine zweite Attacke drauf. Da habe ich noch ein bisschen dran gezogen. Habe ich auch nicht. Ich habe keinen Hunder da. Sie hat es. Für die Rocket-Bosse vor allem. Knackrack. Eben noch ein bisschen hochgezogen. Aber dann halt... Ja, eins als Drache. Eins als Boden. Daran habe ich nichts gemacht. Hier das 96er. Da könnte man eigentlich noch ein bisschen was ziehen, oder? Ach nee, das hat schon XL-Bombombs. Also lassen wir das auch so, wie es ist. Gucken wir dann mal hier weiter. Bronzong. Nee. Den haben wir aber noch. Da haben wir noch ein bisschen was gezogen. Katapult und Stein. Hagel drauf. Eben als Gesteinsangreifer. Ein... Rosarada habe ich hier mit Rasierblattstrauchler noch ein bisschen hochgezogen, da sie noch mal einen guten Pflanzenangreifer hat. Also ihr seht ja hier nebenbei immer Shinies und so Zeug, was man da so alles hat. Das ist auch wieder unwichtig. Oh, diese ganzen Pannflammen, wenn ich die sehe, dreht sich mir richtig der Magen rum. Die Ochses habe ich etliche weggeworfen. Kann man ja eh nicht tauschen. Reicht, wenn man das Beste für sich behält. Äh, Rai Quasa konnte ich nicht mehr viel machen. Habe ich hier an dem 98er. Das habe ich ein bisschen hochgezogen. Jetzt fehlen hier die XL-Bombombs. Luftschnitter Aeroas. Da wechseln wir aber trotzdem nochmal auf Drachenmoves. Obwohl man das trotzdem auch als Drachenrude-Wutanfallnehmer da kann man natürlich auch als Flugangreifer nehmen. Kraudon habe ich gesehen, hat sie einen 100er. Habe ich bei dem 100er habe ich noch ein bisschen was drauf gepusht. Habe es als Boden-Move-Set gemacht. Kyogra habe ich eben das eine Shiny genommen und habe das Shiny versucht ein bisschen zu pushen mit Kaskade-Surfer. Auf dem hier, das 98er, ist auch Kaskade-Surfer drauf. Kyogra-Armee ist immer was Feines. Dann habe ich hier gesehen, hat sie auch einen 100er vom Latios. Habe ich Feuer-Odem-Drachenklaube drauf. Habe das ein bisschen gepusht. Den Bruder habe ich, glaube ich, ignoriert, oder? Was ist da das Beste? Hm, 87. Hier bei Regi-Steel hat sie einen 100er. Aber, weiß ich nicht. Benutzt sie, glaube ich, nicht. Braucht man auch XL zum Pushen. Lassen wir es so erst mal. Das können wir wieder auslassen. Regi-Rock habe ich damals gesagt. Kann sie ja eins nehmen, ein bisschen pushen. Zielschuss, Steinkante, auch für die Rocket-Bosse oder Giovanni. Da haben wir noch ein bisschen was dran gemacht. Hier Metagross haben wir noch ein bisschen hochgezogen. Wichtig, dass der Stern-Hieb hat. Der hat auch zwei Attacken. Patronen-Hieb, Stern-Hieb plus Psychokinese. Plus den zweiten. Der hat auch Stern-Hieb. Habe ich gerade noch ein bisschen hochgezogen. Ich habe halt eben schon viel gemacht. Deswegen kann ich euch jetzt nicht so viel zeigen. Aber den habe ich auch noch ein bisschen gepusht. Habe auch noch mal die Attacken geändert. Auf Drachenrode-Wud-Anfall. Wir kommen aber gleich sicherlich in den Bereich, wo ich noch nichts gemacht habe. Hier hat sie ein 100%iges Absol ausgebrütet. Aus einem 12-Kilometer-Ei. Guckt euch das mal an. Das käme auf 2,8. Und kriegt noch mal eine Mega-Entwicklung. Aber das lassen wir jetzt in Ruhe. Das braucht man ja jetzt für nichts. Dann hat sie hier irgendwelches Zeug. Ich glaube, ich bin jetzt... Bin ich da? Bin ich nicht da? Mega-Altarier. Ja, das freut sich auch. So, da brauchen wir nichts. Da brauchen wir nichts. Also, ihr seht die Sammlung nebenbei. So viele Roselia. Warte mal. So, da können wir auch mal ein paar wegpacken. Sind immer noch genügend da. Stolos. Da könnte man natürlich eins nehmen. Und dann hochknüppeln auf 3,3. Aber das... Damit machst du ja jetzt nichts. Attacken sind auch egal. Da können wir uns später mal drüber, wenn es eine Mega-Entwicklung vielleicht hat. Hier ist noch ein Hunderter. Da ist noch ein Hunderter von Stolunior. Also... Hier, das. Ne, da war ich doch schon. Das habe ich auch genommen. Habe es noch ein bisschen hochgepusht. Hariyama mit Konda-Wuchtschlag. Musste ich auch die Attacken ändern. Dann... Kapilz. Habe ich noch ein bisschen gepusht. Ist eigentlich auch ein guter Kampfangreifer. Ich habe jetzt trotzdem Kugelsaat-Strauchler draufgelassen. Eigentlich hätte ich das komplett in Ruhe lassen sollen. Ich glaube also wirklich, ich verschwende ihren Staub und packe ihr da keine nützlichen Pokémon rein. War man denn nicht noch irgendwas richtig Cooles da? Hier. Zumpex. Zack. Zumpex. Komm. Bis zum Anschlag erstmal. Den kannst du richtig hochknallen. Egal was wie wo. Den kannst du direkt... Alter. Level 50er Zumpex. Gönn dir. Pupsi. Gönn dir. Lehmenschuss. Aqua-Hauptwitze. Komm. Wir machen direkt noch eine Ladeattacke drauf. Lass mal noch Erdbeben drin. So. Habe ich gern gemacht. Pupsi. Extra für dich. Was haben wir sonst noch hier? Ja. Der ist wieder nicht so interessant. Das ist auch nicht so interessant. Dann haben wir... Was haben wir hier? 84. Das ist auch nichts. Gut. Oh. Braucht man eigentlich auch nicht wirklich. Despo da. Jetzt bin ich mal gespannt. Da kann man ja direkt mal bis nach oben gehen. Despo. Oder was hat sie denn da? Katapult-Steinkante. Passt. Katapult-Feuersturm. Oh mein Gott. Das machen wir natürlich weg. Und wenn wir Katapult haben, wollen wir natürlich auch da eine Steinkante drauf haben. Bis Knirscher-Steinkante. Warum nicht? Bis Knirscher, bis Knirscher, Katapult-Knirscher. Da machen wir da auch noch Steinkante drauf. Ziehen das auch noch ein bisschen hoch. Aber nur auf 40. Damit die nebeneinander sind. Die ganzen großen bösen Despo da. Katapult-Steinkante. Bis Knirscher. Bis Knirscher, bis Knirscher, bis Knirscher, bis Knirscher. Eisenschweif, Steinkante. Ich meine, gut, das ist jetzt wohl ein richtig schlechtes, mit dem man nicht wirklich was macht. Da machen wir auch mal Bis Knirscher drauf, falls das mal eingewechselt wird, wenn das ganze Team tot ist. Das kann dauern. Hi, Junge. Es hat halt einfach nur zwei Attacken. Eigentlich kann es auch. Oh, Knirscher. Yeah. Bis Knirscher, bis Knirscher, bis Knirscher, bis Knirscher, bis Knirscher, bis... So, und da sind wir durch. Jetzt aber nochmal gucken. Das ist ganz oben. Da können wir doch ruhig mal hier. Komm, wir knallen das noch ein Stück hoch, Pupsi. Nur für dich. So, das knallen wir ein Stück hoch. Das ist schon oben. Katapult, Steingante, das ist oben, das ist oben, das ist auch oben. Das ist richtig schlecht, deswegen können wir an denen, brauchen wir eigentlich nichts mehr machen. Wir können, das ist günstig. Und es hat 15 Angriff. Ne, hat es nicht. Hä? 15, 14, 10, 12, 15, 14. Da blickt keiner mehr durch. Das war vorher und nachher, oder wie? Jetzt habe ich es auch noch markiert. Ja, ne. Aber komm, es ist günstig. Wir ziehen es trotzdem mal noch ein Stück hoch, da sie noch einen Unlichtangreifer hat. Der wenigstens hier noch ein bisschen was mitmacht mit 3, 7. Ist ja ein Glücks-Pokémon. Muss man jetzt nicht so auf die IV achten. Ansonsten, was hat sie hier drin? Jetzt hätte ich die X11 was anderes ausgeben sollen. Suikun! Oh mein Gott, wie viel Suikun? Lasse ich aber drauf, habe ich noch keinen Hunder da. Kann man ja mal tauschen. Entei braucht auch kein Mensch. Hier. Da könnte man auf jeden Fall. Wo haben wir eins? 93, 96. 96 klingt gut. Ach, ist aber schon. Mit Donner-Schock, Donner-Blitz. Gut, lassen wir also. Denn, wie heißt das denn? Raikou. Raikou ist auf jeden Fall keine Kuh, aber Raikou ist auf jeden Fall auch ein nützliches Pokémon. Dann was haben wir hier? Das sind noch Shinies als anderes Zeug. Hier Hundemongedöns. Panzer-Aeron. 4, die sind auch schlecht. Wieder Unmengen Shinies da dabei. Sneebel, Sneebuna. Keine guten Werte. Also da braucht man auch nichts entwickeln und hochziehen. Jetzt haben wir hier, Xerox, Hunderter. Den können wir wenigstens noch auf 3001 bringen. Was geben wir dem? Den machen wir zum Käferangriff. Eisenschädel weg und vielleicht hier noch irgendwas. Nachthieb. Oh, Nachthieb. Das ist ja für GBL natürlich. Jetzt ist er natürlich über der 2,5. Da ist es nicht mehr sinnvoll, aber egal. Wir packen es einfach weiter. Das haben wir hier noch. Ach, Gira, frag mich. Ein Traunvogil. Grammurx. Grammchef. Psyana, aber das ist auch von den EV her nicht so gut. Jan mal einen ganzen Sack voll. Kann man eigentlich auch ein paar wegschicken. Griffel braucht auch kein Mensch. Hier ganz ein Merrel-Sack voll. Da ist nix. Da, da, da. Hier. Ah, Toggekiss, Toggepie. Da hat sie auch leider nix Gutes. Das wäre aber auch nützlich. Obwohl, GBL zockt sie ja sowieso nicht und in Raids nehmen wir eh was anderes. So, hier. Also bei den Stadern hat sie echt reingeschissen. Muss man schon sagen. Da. Mewtwo. Heftiges Krypto-Mewtwo mit 89%. Lohnt sich das, das zu pushen? Power up. Huiuiui. Ziehen wir mal noch hoch. Ich glaube nämlich nicht, dass sie so viele Mewtwo hat. Hat halt jetzt Frustration. Müssen wir wieder auf ein Rocket Event warten und Konfusion. Lassen wir erstmal so drin. War jetzt wieder dumm. Oh, die hat noch so viele Rüstungs-Mewtwo's. Das ist aber cool. Braucht sie nur jemanden, der mit ihr tauscht und ihr die alle abnehmen möchte, da sie nicht so eine große Last trägt. Hier ist ein 98er, das hat sie hochgezogen, aber mit Psychoklinge Donnerblitz. Doch ein 98er, komm, da pushen wir noch ein bisschen die restlichen Bonbons hier wenigstens weg. Sie hat die Zeiten, wo es dann die guten gab, irgendwie nicht so. Müsste man über eine Top-Lade-TM dann probieren, aber bevor ich da wirklich rangehe. Obwohl, im Endeffekt hat sie eigentlich eine Top-Lade-TM. Bring eine neue Attacke bei. Vergess Donnerblitz. Und du nimmst eine Tölytje an. Nimmst du jetzt Psycho-Stoß oder nimmst du Spukball? Wir nehmen mal Psycho-Stoß. So, jetzt hat es Psycho-Klinge, Psycho-Stoß. Erstmal machen nur das eine, das Höchste. Was hat sie hier noch alles? Hunderter. Hunderter. Da kann sie auch noch was pushen. Mit Drachenrude Wutanfall gibt es beim Dragoran noch was. Hat er noch 1,9 Sternenstaub. Aber egal, sie sammelt ja eh und gibt nie was aus. Da kann ich ja jetzt was ausgeben. Lavados, 98, als Flugangreifer. Der wäre doch bestimmt lustig, aber... Nee, ich habe Lavados kaum beachtet und habe dem kaum Liebe geschenkt. Da mache ich das jetzt nicht auf ihrem Account. Zapdos, aber eigentlich hat man ja auch bessere Angreifer hier. Das ist bei 2,5. Ihr habt ja Arctos noch rumhängen. Auch nur 93%. Da sind ein paar Shiny Relaxos drin. Ja, jetzt kommt wieder Mist. Flammara, Blitzer, Aquana. Brauchst du eigentlich auch nix. Garados. Was haben wir denn hier? Garados. Mega Entwicklung. Das ist schon auf 50. Hat sie aber noch nie mega entwickelt. Bis Knirscher Windhose. Oh, Windhose. Windhose ist sogar eine Legacy-Attacke. Spielt man es jetzt als Bis Knirscher und Lichtangreifer? Wäre jetzt momentan bei Dioxys eigentlich eine gute Sache. Hier hat sie noch ein Hunderter. Da könnte man bestimmt... Oh mein Gott. Wir hauen hier mal noch ein bisschen was drauf und machen das mal zu einem im Prinzip Drachenangreifer, würde ich sagen. Bist ist ja schon drauf. Hey, was hat das eigentlich für Sofort-Attacken? Kaskade dann nur noch. Also können wir es ja eigentlich nur zum Wasserangreifer machen, oder? Kaskade. Vielleicht sollte man Kaskade und... Wieso haben wir mal keinen Wasser-Pokémon draus? Es schwimmt doch im Wasser rum. Zur Verstärkung für... Kyogre. Okay, Windhose ist doch kein Legacy-Move. Ich nehme alles zurück. Ich prügele mich hier mal noch ein bisschen durch, was das jetzt hier noch kann. Kaskade, Hydro-Pumpe. Yeah, ich habe einen starken Wasserangreifer. Genau. Wenn man es natürlich mega entwickelt und das den Typ wechselt, dann bringt es eigentlich auch nicht mehr so viel. Hier ist sogar noch ein Hunderter. Auch mit Wutanfall. Gebrütet aus dem Ei in Hildburghausen. Wir verstärken mal deine Unlicht-Armee und machen das ja auch zu bis Knirscher. Na gut, das eine Power-Up kann ich mir sparen. Hier haben wir doch ein Hunderter erlöstes. Das könnte man noch entwickeln. Entwickeln mal. Zack. Fertig. Und gucken mal hier, wie hoch der noch geht. Machen wir den noch. Dann hat sie noch ein Hunderter. Schöne Garados-Armee dabei. Und das hat jetzt Kaskade Rückkehr. Knirscher. Machen wir eben nochmal einen. Bis Knirscher draus. Kann man ja später noch ändern. Die TMs kriegt man überall hinterhergeworfen. Da ein paar Shiny Tauros. Tauros. Pinsir. Haben wir hier was Gutes dabei. Ne. 83. Sonst was. Sichlor. 69. Das ist auch nix. Hier Kangama. Shiny. 100%. Krypto-Tangila. Das könnte man ja erstmal hier entwickeln. Dann geht's los. Ja und jetzt. Power up. Das wird bestimmt teuer. Aber auf was kommt das? 2500 WP dazu auf 3.1. Dann ist jetzt hier ein Pflanzenangreifer. Genau. Hm. Plage. Ach wie schön. Aber es hat natürlich wieder Frustration. Wir müssen also wieder warten. Bis ein Rockend Event ist. Hier haben wir noch Rihorn. Rizaros habe ich ja eine ganze Armee entwickelt. Katapult. Kann man trotzdem nie genug haben. Deswegen entwickeln wir einfach noch eins hinterher. Und noch eins hinterher. Wenn das andere noch geht, entwickeln wir das auch noch. Da braucht man vielleicht nix pushen, oder? Pushen wir trotzdem. Katapult. Als Gesteinsangreifer. Schädelwumme weg. Kraftkoloss. Wollen wir nicht. Und den noch. Wie hoch kommt der jetzt noch? 3.7. Der hat schon ein gutes Level gehabt. Ja, da hauen wir den anderen natürlich auch noch hinterher. Ja, das soll daran nicht scheitern. Hier. Entwickeln. Nochmal entwickeln. So, Katapult. Natürlich hat das jetzt keine Siede-Attacke. Mit einer Siede-Attacke wäre das natürlich noch krasser. Aber es ist schon mal besser als nix. Den machen wir auch auf 3.7. So, was bleibt übrig? Kickli. Voldoball. Hier. Nicht mal ein 100er Krabbi. Pupsi. Da muss ich dir mal eins fangen. Das ist auch ein richtig krasses Teil. Auf jeden Fall. Was haben wir hier bei dem? Ist der auf? Hier. Nimmer packt den mal als Mega-Entwicklung rein irgendwann. Schlecker Spukball. Sehr geil. Braucht aber. Ach, zu wenig Mega-Energie. Ich glaube, Mega-Entwicklung hat sich wahrscheinlich noch gar keine gemacht. Slimer, Slimer, Porender, hier Zeug, zack. Da ist noch ein 100er. Ein 100er. Magnetilo. Den musst du zu Magnetzone machen. Jetzt haben wir natürlich hier nix da, um es zu Magnetzone zu machen. Aber Magnetzone ist auch ein richtig krasser Elektroangreifer. Deswegen ziehen wir das schon mal so hoch. Sie muss es nur noch entwickeln. Funkensprung, Blitzkanone. Hm. Ob sie sich das merkt? Ja, sie guckt ja bestimmt das Video, dann sieht sie das. Bonbons sind auf jeden Fall noch da. Und jetzt kann ich gleich nix mehr machen, sehe ich schon. Fleckbon hier noch. Bonita braucht man nicht. Äh, das ist nix. Gibt's auch bessere. Machomai. Machomai 100. Wie sieht's aus, Bruder? Das sind wieder XL-Bonbons. Das sind auch XL-Bonbons. Conda-Wuchtschlag ist auf jeden Fall wichtig. Das sind auch Conda-Wuchtschlag, Conda-Wuchtschlag, Conda-Wuchtschlag. Also die Machomai-Armee ist auf jeden Fall am Start. Wir können trotzdem das Erste nehmen und da noch ein bisschen was drauf geben. Wir haben nämlich gleich keinen Sternstaub mehr. Also egal. So, das lassen wir so. Bei den Krypto, 96er Krypto, aber 13 Angriff. Hier noch ein paar Shinies dabei. Simsala braucht man auch nicht. Da braucht man nix. Mankey braucht man nix. Anton braucht man nix. Hier nix. Shiny, okay. Miraplar, Golbat, Zubat, Fluffeluf, P-Armee, Nido-King, Nido-Queen. Ich glaube, wir kommen eh gleich zu den Stadern zurück. Hier Pikachus, Ratten, B-Boar, auch kein Hunder da. Glurak. Auch kein Hunder da Glurak. Was ist denn das Beste hier? 91, aber 14 Angriff. Da muss noch was Besseres her. Was haben wir hier? 100. Aber auch XL-Bombom. Und hier normal. Na, dieser Flora. Und da pushen wir noch was drauf, solange wir keine XL dafür brauchen. Dass ich noch ne Pflanze hat zusätzlich. Ist auch mit Flora-Statue. Und... Ist das auch Flora-Statue? Ja, und sogar Matsch-Bombe. Hä, dann... Dann pushen wir das halt auch noch, bis die XL-Bombombs weg sind. Und jetzt haben wir noch genau 66.000 Staub übrig. Also entweder feiert sie die Aktion jetzt übelst, oder sie bringt mich einfach komplett um. 6 Millionen Staub gehabt. Und alles bis auf 66.000 ausgegeben. Aber dafür die Pokémon gepusht, die Attacken geändert, sonst was. Der Account ist auf jeden Fall jetzt stärker als davor, würde ich sagen. Und... Ja, sie hat ja immer keine Zeit dafür. Ich habe mich jetzt mal drum gekümmert. Ob das jetzt alles sinnvoll war oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Und würde ich sagen, ich lade das einfach mal hoch. Mal gucken, wann sie bemerkt, dass sie keinen Staub mehr hat. Oh, Pupsi, es tut mir so leid. Ich muss am Wochenende sowieso, wenn wir dann in Nürnberg sind, mit ihr mal ein paar Pokémon tauschen. Abends gemütlich, nebenbei. Einfach mal 100 Pokémon tauschen pro Tag, dass sie ihren Levelaufstieg dann auf Level 49 noch hinkriegt. Da freut sie sich bestimmt dann auch. Oder ich mache das halt jetzt nebenbei immer mal, wenn ich ihren Account zur Verfügung habe. So, dann war es das, glaube ich, jetzt von weiterer Seite aus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Ihr habt jetzt ihren Account gesehen, ihr habt ihre Pokémon gesehen, ihr habt ihre Shinies gesehen, ihre Hunder da sozusagen. Und, joa. Hinterlasst mal Feedback, was ihr machen würdet, wenn euer Partner einen Tausch machen soll und einfach 6 Millionen Staub ausgibt danach. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.